Ich bin jetzt hier, Leute. Ich bin immer noch in diesem Pool. Und ich glaube, ich habe diesen Typen jetzt abgehangen. Weiß ich allerdings jetzt nicht. Trotzdem habe ich noch sehr, 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 sehr viel. Weil ich weiß kaum was. Wenn wir das in der Streifen, vielleicht habe ich den doch nicht abgehangen. Oder vielleicht ist er auch nur ein Mensch. Hallo. Ich bin ein armes Kind. Okay. Ich bin ein armes Kind. Ich bin ein armes Kind. Ich bin ein armes Kind. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ein armes Kind. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ein armes Kind. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ein armes Kind. Ich bin ein armes Kind. Ich kann dir nicht helfen, okay? Ich bin ein armes Kind. Oh, okay, 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 okay. Ah, ah! Ah! Och, nicht schon wieder. Ich will doch nur auf der Pool, um sie raus. Okay, hier vielleicht irgendwo raus. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Hier. Ah! Das ist ein Video. Oh, na, da. Ja! Ah! Ah! Na, schon wieder, Mann. Nicht schon wieder, die... ... ... ... ... ... ... ... Warte mal. Ah! 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 Moment! Ah! Klingt nicht irgendwas, dass die Mozzolini verteidigen kann? Okay, okay, okay. Hier bin ich erstmal glaube ich sicher. Bisher bin ich glaube ich sehr gut gesichert. Er muss gucken. Erstmal, das erste haben wir noch. Ein neues Monster. Das zu tun, als wenn es ein Kind wäre. Was tun? Moment mal. Der ist nicht gut auszubrechen. Das wäre doch mal gut. Das wäre doch gut, oder? Aber egal. Egal. Ich glaube... Irgendwas ist hier. Aber ich weiß es. Das ist wieder ein Streifen. Ist es jetzt dasselbe Monster oder ein Ab? Ich glaube... Ist das gleiche? Ja, 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 ja. Ich glaube... Ich glaube... Ich habe das Handy. Wir können da entfangen. nicht... Ich glaube... Ich glaube... nicht... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... nicht... Aber... Stopp... Böses Kind! Böses Kind! Böses Kind! Böser Junge! Böser Junge! Ich lass dich in Ruhe, wenn du mir zeigst, irgendwie hier rauszukommen. Wow. Hat ja richtig gut funktioniert. Wenn du weiter so bist du ja, dann rast du dir auch bald aus und schickst dich in alle anderen Selektionen. Wegwein, das könnte ein Ideen sein. Du Lusche, du Lusche, du bist eine Lusche, du Lusche, du Lusche, du bist ein kleines Kind, du bist ein Baby, ein Baby. Und schütte dich. Nein, das willst du niemals kriegen, als du so lahm willst. Oh mein Gott, ich hab alles. Was bist du jetzt für ein Motorrad? Ah, ah. Ah, das ist ein Motorrad. Es ist ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Wie sehe ich das Ding? Warte mal. Eine andere Dimension. Wäre doch nicht schlecht. Erstmal Warten muss ich raus. So, du loschen Atom. Mach mich. Bring mich zu einer anderen Dimension. Komm jetzt nach unten. Ich will nicht mehr schauen, ob ich jetzt mein Finger kriege. Du. Ich richte den Kopf ab. Jetzt schick mich in eine andere Dimension. Jetzt gehst du in eine andere Dimension. Schick ich noch? Ja, gerne. Okay. Oder ist die Dimension? Oder ist die Dimension?